Saison Nummer 2, noch grösser, noch professioneller. Ich freue mich gigantisch darauf und will hier rein. Die Vorfreude ist natürlich riesig. Auf einen Grund, weil ich den HCD in der Innenstelle vertreten darf. Und auf die anderen Seite, weil ich gespannt bin, wie ich die Innenstelle abschliessen werde. Das ganze Drumhelm, das hier super gut organisiert ist. Und auch ein bisschen auf die Mannschaft, die jetzt anbietet, ein bisschen besser bewertet. Und demzufolge kann ich vielleicht auch ein bisschen besser mitteilen, wie letztes Jahr. Das Ziel ist ganz gerade, die Playoffs zu erreichen. Top 5 in der regularer Season und in den Playoffs ist alles möglich. Wir fangen ein wenig an, wir wollen in die Playoffs kommen. Und nachher in den Playoffs ist alles möglich und dort will ich dann den Titel holen. bis jetzt zum nächsten Mal!